Hand in Hand, Moonball 2, von Stephanie Madea Hast du den Mut, deine Augen zu öffnen? Vue trauert um ihre große Liebe Zack, der bei einem Bootsunfall im Meer verschwand. Außerdem wird sie immer noch hartnäckig von einer Geheimorganisation verfolgt, denn ihre besondere Fähigkeit birgt den Schlüssel zur Weltherrschaft. Nur langsam begreift sie, welch perfides Spiel all die Jahre mit ihr gespielt worden ist. In letzter Sekunde entkommt sie dem verhassten Jäger Bloodhound und findet neue Verbündete. Tröpfchenweise kehren ihre Erinnerungen zurück, findet sie im verhassten Laboratorium die Antworten, vor denen sie sich so sehr fürchtet und besitzt sie die Kraft, sich dem zu stellen, was in ihr schlummert. Hand in Hand, Moonball 2, von Stephanie Madea Ab Mai 2014 im Buchshaus Verlag als Taschenbuch und E-Book Was Bes invitiert wurde, rythme . WasAmerica ist ja auch